Und Dirk Pohlmann hat sich zum Taurus League geäußert. Also ihr hattet ja von diesem Gespräch von einigen Offizieren mitbekommen, was wahrscheinlich von Russland abgehört und veröffentlicht wurde und wo einige interessante Dinge erzählt wurden. Beispielsweise, dass britische und amerikanische NATO-Soldaten schon in der Ukraine sind oder dass die Generäle dort zuerst ihrem amerikanischen vorgesetzten Bericht erstatten, bevor sie mit Verteidigungsminister Boris Pistorius reden. Aber zu all dem hat Dirk Pohlmann, wie gesagt, sehr interessante Dinge im Format NATO-Akte gesagt und das schauen wir uns jetzt zusammen an. Unter 500 Tote und so weiter. Das ist eine Sache, das fängst du an vorzuplanen, damit du weißt, wenn sowas passiert, was du machst. Und das Militär hat sich zu beschäftigen mit dem Einsatz von allen möglichen Sachen. Das hat sich logischerweise in dieser Situation, wird es sich damit beschäftigen, einem Krieg mit Russland. Aber es wird nicht die Entscheidung hoffentlich treffen, ob es einen Krieg mit Russland geht. Und die Frage ist, ob die Leute, die da drin sind, ob die sich selber begreifen in dieser dienenden Rolle. Da steht ja, wir dienen Deutschland oder und das ist die Tendenz in allen Militärs weltweit, dass sie denken, dass die Politiker, die ihnen vor der Nase sitzen, nicht in der Lage sind, diese Entscheidung auf Leben und Tod, für die sie ausgebildet worden sind, zu treffen. Wie die Militärs, die ausgebildet worden sind, die reingehen mit dem Ethos. Im Zweifelsfall muss ich selber drauf gehen. Das sind gerade alles Zitate, die ich gebracht habe von Curtis LeMay, der da Ansicht war, dass er seinen Präsidenten John F. Kennedy, dass der unfähig ist, die Kuba-Krise und die Situation mit Kuba zu meistern, weil er soft on communism, zu weich mit den Kommunisten und sich von den Schwarzen wählen lässt. Das waren zwei Sachen, die waren ganz, ganz schlimm für diese Leute in Amerika. Und dann kommt irgendwann, kommt immer wieder die Entscheidung, hier muss jemand aufräumen, weil die Politik, wir sind die Leute, die im Sicherheitsstaat dafür sorgen, dass der Staat überlebt. Das machen wir seit 20 Jahren und die Politiker, die kommen und gehen, wir das Laub an den Bäumen, die haben keine Ahnung. In Deutschland hätten wir auch noch unfähige Leute mittlerweile, die da drin sind. Und dann wird das Militär, ist das sozusagen naheliegend, dass sie sich überlegen, wie man diese Leute umgeht, wie man diese Klotzköpfe, die man da vor der Nase hat, wie man die ausschalten kann. Und das ist ein Grundproblem. Du hast ein Apparat mit Macht, ist ja nicht nur Militär, sind auch die Geheimdienste, die da mitgehören, ein Apparat mit hoher Macht. Und auf der anderen Seite hast du Politiker, die sagen, in meinem Bausparvertrag steht aber, dass ich der Chef bin. Und dann sagen die, ja, ja, du bist der Chef, aber in Wirklichkeit bist du es nicht. Das war mein Beispiel mit Schweden. In Schweden ist es so gewesen, dass die Militärs gesagt haben, dieser Sozialistpalme, der da aus uns die nächste Sowjetrepublik machen will, den müssen wir beseitigen. Und das machen wir zusammen mit ein paar Leuten im Ausland. Ja, ihr habt also gerade richtig zugehört. Es wird immer ein Problem, wenn Geheimdienste bzw. das Militär ein Eigenleben entwickeln. Wenn sie nicht mehr die Volkswäge einhalten und sich entsprechend an den Willen der demokratisch gewählten Politiker halten, sondern wenn sie beginnen, Selbstentscheidungen zu fällen, dann wird sowas sehr schnell demokratiegefährdend. Also der Kohlmann hatte gerade das Beispiel mit Olaf Palme genannt. Und genau hier ist die Frage, was ist bei diesen Offizieren falsch gelaufen? Haben sie tatsächlich nur Planspiele betrieben und überlegt, welche Szenarien gibt es bezüglich der Taurus-Marsch-Flugkörper? Und wie können wir den Verteidigungsminister ordnungsgemäß briefen? Oder wollten sie dem Verteidigungsminister hier etwas schmackhaft machen, was dieser überhaupt nicht wollte? Also haben sie versucht, selber Politik zu machen? Und wem haben sie noch Bericht erstattet, bevor sie dem Verteidigungsminister Bericht erstattet haben? Okay, darauf wird Dirk Kohlmann noch zu sprechen bekommen. Sie haben ihrem amerikanischen Vorgesetzten zuerst Bericht erstattet. Sie haben nicht zuerst mit dem Verteidigungsminister von Deutschland gesprochen, sondern mit einem amerikanischen General. Aber dazu gleich mehr. Sag mir doch mal bitte prinzipiell, wer könnte aber den, also du meinst, also ein Auftrag kann es nicht gegeben haben, vielleicht auch von einem Pistorius, weil man dem dann unterstellen müsste, er würde gegen Scholz arbeiten, um nochmal neu nachzudenken, dieser Taurus einzusetzen. Jetzt wird es interessant. Jetzt geht es genau darum. Bitte nochmal, das muss man gedanklich sauber sortieren, sonst ist man immer im Labyrinth und im Urwald unterwegs. Die erste Sache ist, Scholz ist Bundeskanzler. Der ist jetzt, wenn du in den Bausparvertrag, nenne ich das jetzt mal, reinguckst, ist er derjenige, der bestimmt. Der hat die Richtlinienkompetenz. Und der Pistorius ist unter ihm Minister. Ja, die Frage ist jetzt also, war diese Aufgabe, was wir sehen, ist, die Leute unterhalten sich und sagen, sie wollen Pistorius briefen dazu. Offenbar hat er noch nicht erfahren, was mit Taurus geht, was nicht geht, wie die operativen Möglichkeiten sind. Er weiß es nicht. Als Verteidigungsminister muss er das aber wissen. Sie wollen ihn briefen. Jetzt ist die erste Frage, sagt Scholz, Pistorius macht das mal und berichte dann im Parlament, nicht im Parlament, im Kabinett an uns. Also ist die Befehlsreihenfolge sauber eingehalten oder, das wäre meine erste Frage, ist Pistorius als populärster Politiker in Deutschland, der er zurzeit ist, auf dem Weg vielleicht mit einem, sozusagen, ich bin der Entscheider, ich komme hier mit Energie um die Ecke. Scholz ist ein Zögerer, ein Zauderer, vergisst immer, was er ausgesagt hat, den müssen wir weghaben. Und ich bin jetzt, sage ich mal, mit der Linie mit Roderich Kiesewetter, also dem Kriegsminister Deutschlands und Strack-Zimmermann, der Darstellerin auf derselben Linie. Wir sind die Leute, die entschlossen vorangehen, Putin die Kante zeigen und deswegen müssen wir jetzt ein bisschen Fakten schaffen. Und ich informiere mich schon mal darüber, wie das mit Taurus geht. Also erstens gibt es eine Insubordination von Pistorius gegenüber Scholz, wäre die erste Frage. Und dann ist die zweite Frage, ist Pistorius derjenige, der den Auftrag an die Bundeswehr gegeben hat? Wissen wir auch noch nicht. Wir wissen nicht, ob es einen Auftrag Pistorius gab oder ob die Leute einfach zugearbeitet haben. Und dann ist die Frage, dazu komme ich jetzt ja, mit wem sind denn eigentlich unsere Bundeswehrleute? Für wen arbeiten die denn? Arbeiten die so, wie sie sollen? Sonst kriegen sie einen Satz Ohrfeigen und werden gefeuert und etwas Schlimmeres. Arbeiten sie im Auftrag der Bundesregierung oder haben sie noch andere Herren, denen sie dienen? Das ist die interessanteste Frage. Und dafür haben wir jetzt ein Indizien, dass das eben nicht so ist. Also dienen sie anderen Herren. Jetzt hört gut zu. Ich hatte es vorhin schon verraten. Lück Pohlmann wird das jetzt nochmal genauer ausführen. Sauber in ihrer Hierarchiekette arbeiten, wie sie sollen. Und da hat hier Schönbach das richtig erzählt. Das ist seine Aufgabe. Das sollten wir auch klar sehen. Das ist sozusagen sinnvoll, dass es so ist. Das ist nicht das, sagt ihr Motto, wir können das jetzt über ein Gerichtsverfahren, wie ich sagte, am Amtsgericht, können wir die Politik der Bundesregierung stoppen. Nicht sinnvoll. Abgesehen davon, dass es so überhaupt nicht funktioniert. Was ich jetzt gefunden habe, ist, dass in dem Gespräch, was ich nicht fassen konnte, es gibt, bevor Gerhards dazu kommt, fünf Minuten Gespräch, wo sich der Gräfe mit, Moment, ich kann es jetzt gerade mal vorlesen, ich suche es raus, also ein General. Gräfe ist General und der ist, aber außerdem, was wichtig ist bei Gräfe, er war Militärattaché in Washington. Also seine englische Sprechweise hängt damit zusammen, dass er in den USA der Verbindungsmann. Und das hieß, als er benannt wurde, hieß es Unser Mann in Washington. Er ist also drin gewesen, er war auf der Nellis Air Force Base, das ist da, wo die Top Gun Leute ausgebildet werden, also Miramar auch noch die Station, also wo die Top Leute der Air Force üben. Und dort gibt es die Red Flag und Green Flag Übungen, wo aus der ganzen Welt Kampfpilotbesatzungen zusammenkommen, auch aus neutralen Staaten, übrigens früher schon, waren die Schweden schon mit dabei. Und dann üben die und üben erst das Erreichen der Luftherrschaft, das ist Red Flag, und danach geht das Green Flag mit dem Krieg, nachdem man die Luftherrschaft weiter, das üben die. Und das ist so eine Art Männerbund-Situation, die dort auftaucht, auf diesen Nellis Air Force Base, das übrigens daneben ist dann die Nellis Air Range, da drin ist Area 51. Das ist ein Gebiet, das ist ungefähr so groß wie Hessen. Und dort findet alles Mögliche an Tests, an Versuchen, die geheimsten Tests überhaupt in Area 51, aber alles Mögliche, diese Übungen international finden dort statt. Und da hat der Gräfe auf dem Foto, was wir gefunden haben, wir haben das jetzt in 321 rausgebracht, hat er ein Patch auf der Seite, also so ein Aufnäher, und das ist von Nellis Red Flag. Man sieht also die amerikanischen Fahne und man sieht sogar noch den Schriftzug Red dabei. Das heißt, da kommt er her. Und jetzt unterhalten sich die beiden in diesen ersten fünf Minuten in ihrem, ich sage jetzt mal, Juppie-Slang, ja, also amerikanisierten Juppie-Slang und sagen, ich lese das jetzt mal vor, damit ich das auch kriege, denn es ist Gräfe und Florstedt, da ist also Gerhards noch nicht dabei. Der Gerhards kommt später und dann sagt er, it's quite humid here und so weiter. Da redet er Englisch. Aber deshalb habe ich jetzt auch, das ist natürlich das Geile bei so Veranstaltungen, da triffst du ja Gott und die Welt. Und ich habe diesen Schneider heute getroffen, der ist ja der Nachfolger von dem Wilsbach. Und dann habe ich ihm halt mal von unserem Plan erzählt. Und jetzt denkst du, Schneider und Wilsbach, das sind zwei deutsche Namen, sind es aber nicht. Der Wilsbach ist Commander, das steht hier sogar falsch jetzt drin. Der ist mittlerweile, hat er einen anderen Rang, Moment, Wilsbach, ich hole ihn gerade, Sekunde. Den muss ich aufrufen. Also Kenneth ist Wilsbach und da gibt es ein Foto von Gerhards mit Wilsbach so mit Hände so ineinander, was wir auch abgedruckt haben, wo man sieht, wie eng die miteinander sind. Und der Herrmann hat ihn, ich glaube, richtig charakterisiert. Das ist so einer so entschlossen voran. Ja, ich bin ein harter Militär. Kenneth Wilsbach ist der Commander vom Air Combat Command Joint Base Langley-Eustace in Virginia. Jemand, der weiß, was Langley ist. Langley ist das Standort der CIA, das ist genau daneben. Und er ist ein amerikanischer General, General Kenneth Wilsbach. Wilsbach klingt wie ein deutscher Militär, ist aber ein amerikanischer General, der die ganze Zeit sich beschäftigt mit Organisation, Training, Ausrüstung und so weiter von Kampftruppen, also kampffähigen Lufttruppen im Cyberspace, elektromagnetisch und so weiter. Der ist also ein Top-Mann, war vorher Kommandeur der Pazifischen, der US Air Force Pacific Command. Also ganz oben in diesen Kategorie. Und dann reden die davon, er trifft Schneider. Schneider ist der Nachfolger von Wilsbach, der jetzt dran ist, also Pacific Command. Und den trifft der Gräfe und sagt, geil, dann konnte ich mit ihm reden. Und dann sagt er aber auch noch, weil der, als sie sich unterhalten, jetzt muss ich wieder reingehen, unterhält er sich und dann sagt er, du musst ja nochmal nach Alaska. Auch übrigens interessant, Reise nach Alaska. Ich tippe mal auf Elmendorf Air Force Base, eine der wichtigsten Basen im Kalten Krieg, weil der Krieg mit der Sowjetunion wie über den Nordpol gegangen. Also Alaska ist ein ganz wichtiger Standort für die Bomberkommandos und auch für die Abwehr, wo ziemlich viel zusammengezogen ist in dieser Situation Russland-Konfrontation. Da will er hin, am 19. März, Dienstag bin ich da und dann sagt er, hm, ja, solltest du nochmal vorbei müssen, meinst du oder was? Noch mal in Alaska. Wen trifft er da? Ich nehme an, Schneider. Aber das ist eine Vermutung. Was er aber sagt ist, ja, ich muss da tatsächlich nochmal hin. Wie gesagt, der ist ja erst zwei Wochen im Amt, Schneider. Er hat mit Wilsberg vorher zu tun gehabt. Schneider ist auch General. Das ist der neue Kommandierende vom Pacific Command in den USA. Also auch ein höchstrangiger General der amerikanischen Streitkräfte. Mit denen wollte er sich treffen und er sagte, und das stimmte gar nicht und er wusste gar nicht, wovon ich rede. Ja, über die Taurus-Geschichte. Und deshalb habe ich gesagt, dann komme ich lieber nochmal vorbei, weil das war ja Oktober, wo wir dem Wilsbach das alles vorgestellt haben. Also im Oktober wurde Wilsbach die Taurus-Planung vorgestellt. Bevor in der Bundesrepublik darüber geredet wurde, bevor es einen Auftrag von Pistorius für ein Briefing gab, falls es ihn gab, Scholz sowieso nicht. Reden die vier Monate vorher, reden die bereits innerhalb ihrer Struktur mit den Amerikanern, also auch nicht NATO, sondern mit den Amerikanern, wo Gräfe Attaché war, reden sie über diese Planung. Und das ist Insubordination. So geht das nicht. Ja, das ist der Skandal. Die Generäle besprechen mit den USA, was dort, also sorry, wenn ich das jetzt nochmal wiederhole, aber ich kriege häufig, ja, aber das ist der Skandal. Die Generäle, die sprechen mit den Amerikanern, mit ihren amerikanischen Vorgesetzten, mehr oder weniger, das ist es ja, darüber, was die militärischen Planungen für die Zukunft sind, was man dann später vielleicht mal deutschen Politikern vorstellen wird, anstatt, dass sie die Befehlskette einhalten, anstatt, dass sie, ja, die Befehle von der Bundesregierung kriegen, werden da innerhalb dieses militärischen Apparats Planungen vorgenommen, die, ja, die eigentlich in der Demokratie demokratisch entschieden werden sollten, von Politikern, die gewählt sind und nicht aus einem völlig intransparenten Sicherheitsapparat heraus. Ich kriege häufiger, das kann ich an der Stelle mal sagen, in meinen Kommentaren den Hinweis, dass ich nicht so häufig dazwischen quatschen soll, aber liebe Leute, wenn ihr euch darüber beschwert, dann klickt doch einfach, das ist immer verlinkt in der Videobeschreibung, bitte das Originalvideo an. Ihr könnt euch hier, NATO-Akta ist das Format, das gesamte Video, hier ist auf Drusch bei FM erschienen, hat schon über 100.000 Aufrufe. Wenn ihr das Format ohne meine nervigen Kommentare hören wollt, dann schaut euch bitte die Originalvideos an, anstatt euch in meinen Kommentaren darüber zu beschweren, dass ich, ja, in einem Reaktionsvideo nun mal darauf reagiere. Mit den Amerikanern über die Planung Zerstörung der Kerzbrücke. Das ist, das ist der Hammer. Das heißt, es geht nicht, was ist hier in Deutschland, weil da ist Scholz der Bremser. Allerdings, ich bin nicht so optimistisch wie Hermann Plopper. Scholz hat mehrmals gesagt, er liefert keine, er liefert alles Mögliche nicht. Der Leopardpanzer war dagegen, ist immer eingeknickt und hat dann doch geliefert. Aber er ist auf jeden Fall nicht jemand, der vorantreibt. Das ist kein Strack-Zimmermann und schon gar kein Roderich-Kiesewetter. Also der ist sozusagen aus der Fraktion, die da nicht in den Krieg rein will. Wir haben ja Leute, die mit aller Gewalt dafür sorgen, ich weiß nicht, was der antreibt. Das ist mir nicht klar, aber wir haben diese Leute, die da unbedingt hinwollen. Und unsere Generäle reden jetzt schon mal mit den Amerikanern, von denen wir wissen, wie ja auch in diesem Gespräch gesagt wird, die rennen da in Zivil rum. Und wir wissen auch, das weiß ich jetzt über die russische Streitkräfte, also von Informationen aus Russland, dass den Russen bekannt ist, dass die Patriot-Raketen werden nicht von Ukrainern bedient. Das ist ein bisschen zu komplex. Wie wir hier auch gehört haben, das ist ganz schön komplex mit dem Taurus. Da braucht man, weil das einen konstanten Daten liegt, deswegen Link, deswegen auch Wilsbach mit seinem Space Command, mit diesen ganzen Sachen, wo er drin ist. Da brauchst du die Verbindung von dem Flugzeug mit dem Cruise Missile, die ständig die Daten rausgibt. Das ist nicht Fire and Forget, wie das früher hieß, also abschießen und danach vergessen, sondern das ist eine konstante Datengeschichte. Und das geht nicht so einfach. Die haben keine Maschinen, die dafür ausgestattet sind. Außer es ist der Typhoon, also der ehemalige Jäger 90, wie er ja hieß, und Tornado, glaube ich, auch, die abschießen können. Und dann gibt es die Rafale und es gibt die F-35 und F-8. Das sind aber alles westliche Flugzeuge. Man kann das gar nicht abschießen. Dauert also ein paar Monate, bis das überhaupt geht. Und das ist die Situation, dass jetzt die darüber reden, dass die Planung gemacht haben. Und dann geht es ja darum, wenn man das jetzt dem Pistorius zu direkt erzählt, dass man da einen Angriff macht, dann ist das ein Showstopper, wie er das genannt hat. Ja, also das wäre eine Katastrophe, dann ist es nicht möglich. Man versucht also, wie man das so darstellen kann, dass es einen möglichen Einsatz gibt. Aber nochmal, der Skandal ist, man redet vier Monate vorher nicht mit seinem Dienstherren, sondern mit den Amerikanern. Wenn ich jetzt Pistorius wäre, wäre das das Letzte, was dieser Mann als Soldat ausgeübt hat, als Tätigkeit. Das ist ein absolutes No-Go. Das ist ein absolutes No-Go.